Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns den ersten Teil meiner eingefangenen Buchreihen an, aus dem Moment. Ich gucke nochmal ganz schnell. Die sind vom 28. August, also davon ist das erste Video hochgeladen und das sind drei Teile. Und wir werden uns auch in drei Teilen quasi die Videos angucken und dann schauen, was ist denn schon weitergelesen, woran hat es gehackt, warum habe ich nicht weitergelesen und so weiter und so fort. Was habe ich vielleicht aussortiert? Wie auch immer. Aber wir gucken einfach mal und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und warum ich jetzt heute hier sitze, hat den Grund, dass ich euch heute gerne mal den ersten Teil meiner angefangenen Reihen vorstellen möchte. Es werden insgesamt drei Teile, also gar nicht so wenig. Ich dachte aber tatsächlich, es wären mehr, muss ich sagen. Sind es wohl doch nicht, ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit Weiß bis Lila, um das irgendwie mal einzugrenzen. Chillest Chill City. Ich habe ja schon mal zu Christian City, Chillest Chill City gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt dieses Buch gehört habe. Chillest Chill City habe ich tatsächlich erst letzten Monat beendet. Das waren, also zu dem Zeitpunkt war der letzte Band noch nicht erschienen. Der ist inzwischen erschienen. Den habe ich inzwischen auch gelesen. Das heißt, die Reihe ist abgehakt. Als nächstes habe ich hier Match Pie Society. Die nächste bist du. Das ist der erste Band einer Dialogie. Der zweite Band ist schon erschienen. Der steht in meinem Subregal. Den müsste ich nur noch lesen. So ein bisschen wollte ich mir das mehr für den Herbstherbst aufheben. Also für den Oktober oder November, weil ich finde, das ist ja so eine, ja, Thriller-Krimi-mäßig angehauchte Geschichte. Ja, also ich habe das Buch auch nicht im Herbstherbst gelesen, weil wir haben ja halt schon Winter. Ich habe es leider immer noch nicht gelesen. Ich hole das mal ganz kurz. Ich finde es immer für mich ganz gut, wenn ich das Video visualisiere, indem ich die Bücher hier auf so einen Stapel lege. Mal gucken. Da habe ich mir überlegt, ob ich die dann quasi auch so eine, also rein, die ich vollständig hier habe, stand heute. Dass ich die dann auch irgendwie mir so auf die Challenge lege, dass ich die nächstes Jahr lesen sollte. Irgendwie sowas in die Richtung. Falls ihr da eine coole Idee habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Genau, und jetzt hole ich mal schnell das Buch. Tada! Genau, das ist nur eine Dialogie. Das heißt, nach diesem Band bin ich damit auch fertig. Ergo, es wäre eigentlich ganz gut, das zu lesen. Oh, jetzt ist heute eine kaputte Ecke. Warum hast du eine kaputte Ecke? Ja, aber das möchte ich auch auf jeden Fall noch lesen, weil ich eigentlich gespannt bin, wie es weitergeht. Das legen wir jetzt mal hier hin. Dann gucken wir mal, was da noch so auf uns zukommt. Wie immer lasse ich am Ende nochmal alle Bücher, also zeige ich euch nochmal alle Bücher, die ich quasi nicht gelesen habe. Dance into my World von Maren Vivien Hase. Hase. Wie Hase wird es ausgesprochen, wurde mir mal erklärt. Also ich versuche das jetzt. Wow. Wow, wow, wow. Ich habe es geliebt. Ich habe auch Band 2 geliebt. Ich habe Band 3 auch hier. Ich habe Band 3 aber noch nicht angefangen, weil ich es mir so ein bisschen aufheben möchte. Ja, Maren Vivien Hases Buch. Moment, da ist der letzte Band. Wo ist er? Da, Fly into my Soul. Also 1 und 2 habe ich gelesen. Fand ich beide gut. Und ich glaube, den dritten habe ich einfach so ein bisschen für mich aufgespart. Falls es mir mal nicht so gut geht, dass ich den habe. Aber eigentlich habe ich inzwischen viele solcher Bücher aufgespart. Das heißt, ich könnte sie auch einfach mal so lesen. Nein, ich komme nicht so ran. Mein Arm ist nicht lang genug, obwohl ich so lange Arme habe. Tada. Fly into my Soul von Maren Vivien Hase. Mochte ich richtig gerne. Also, ich mochte die ersten beiden richtig gerne. Und der hier ist noch übrig. Gut, wir legen den jetzt mal auf den Stapel und dann gucken wir mal weiter. Ich werde euch danach einfach nochmal ein bisschen was zu den Büchern erzählen, wenn das für euch okay ist. Das nächste ist auch ein New Adult Buch und zwar A Place to Love von Lily Lucas. Lily Lucas werden wir sogar in diesem Video nochmal treffen. A Place to Love, das werden, ähm, oder halt die Cherry Hill Reihe. Das werden vier Bände und da habe ich das Problem in Anführungsstrichen, dass ich die folgenden Bände noch nicht lesen konnte, weil die noch nicht erschienen sind. Ich habe eins und zwei gelesen und drei und vier erscheinen erst noch. Das heißt, da warte ich noch, dass die erscheinen, damit ich die dann lesen kann. Da bin ich also raus. Also kann ich nichts dafür, dass die noch nicht weiter gelesen wurden. In dem Fall mehr, aber auch sehr, sehr gut. Das heißt, also die sind wirklich auch schnell gelesen. Ähm, ja, mochte ich wirklich gerne. Dann kommen wir zum nächsten Buch und, ähm, ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber das ist wie so ein Kloß in meinem Bauch, der sich da dann plötzlich bildet. Oder ein Stein, weil ich nicht so richtig weiß, was ich mit der Reihe machen soll. Ich spreche von Clockwork Angel. Clockwork Angel habe ich gelesen, habe ich mich ein bisschen doller durchgequält. Und nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, alle Cassandra Clare Bücher herzugeben. Einfach, weil die mich viel zu sehr belasten und ich die nicht lesen möchte. Leute, ich mag einfach nicht mehr. Ende der Diskussion. Nein, also ich weiß, ganz viele lieben die Bücher, aber ich mag die einfach nicht. Ich komme damit nicht zurecht und es frustriert mich, die immer wieder anzugucken und deswegen werde ich die aussortieren. Das ist noch nicht passiert, weil ich da so einen großen Schwung aussortieren möchte, dann, wenn ich ein paar Bücher auch angelesen habe. Und, ähm, ja, das ist einfach nicht meine Welt. Ich muss mir immer, wenn ich, die stehen hier oben aufgereiht auf dem Regal und immer, wenn ich da hochgucke, bedrückt mich das irgendwie. Und deswegen habe ich entschieden, diese Bücher herzugeben. Ja. Genau. Also das ist quasi ja dann auch nicht mehr angefangen, weil die kommen alle weg. Also wirklich alle auch. Die, ähm, na, City of, was sind das? Die Chroniken der Unterwelt oder sowas kommen weg. Ähm, und dann habe ich noch zwei so Sonderbände, irgendwie die Legenden der Schattenjägerakademie und die Magnus Bang Chroniken, die kommen auch weg. Weil ich einfach nie mag. Ja. Genau. Und ich mich dazu entschieden habe. Und dann haben wir noch eine angefangen. Warum sage ich eigentlich schon wieder immer und dann? Naja, ich weiß auch nicht. Ich kann es einfach nicht besser. Hardstopper. Äh, Boy Meets Boy. Da lese ich aktuell den Moment. Lasst mich nicht lügen. Dritten Band. Ja, den dritten habe ich leider immer noch angefangen. Den, ähm, habe ich noch hier. Und auch den vierten habe ich noch hier. Das heißt, die kann ich auch auf jeden Fall eigentlich zeitnah lesen. Vor allem sind die ja eigentlich gar nicht so dick. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht lese. Verdammte Miste. Das ist dieser hier. Das ist der dritte. Da bin ich ziemlich genau bei der Hälfte. Da werde ich vielleicht nochmal so ein bisschen zurückblättern, um da nochmal besser reinzukommen. Oder ich lese den ganzen nochmal. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Und den vierten habe ich hier am Regal stehen. Da komme ich aber gerade nicht ran. Ist auch nicht so wichtig. Also weil der hier ja dann quasi so der nächste wäre, den ich lesen muss. Generell habe ich aber auch hier vor, den, ähm, oder die Reihe generell zeitnah abzuschließen. Genau. Wir haben hier noch New Beginnings von Lily Lucas. Habe ich ja vorher schon angemerkt, dass das noch kommen wird. Da habe ich noch den allerletzten hier. Den New Chances. Der steht in meinem Subregal. Ja. Und ich habe den noch nicht gelesen, weil ich den, glaube ich, noch für so einen Moment aufheben will. Wenn es mir nicht so gut geht. Ja. Hier haben wir es wieder. Den hebe ich auch für so einen Moment auf. Ähm, da komme ich... Im Moment muss ich wieder aufstehen. Naja, ist wenigstens gut für meine Schritte an Zahl. Ich muss ja irgendwann mal in mein Brautkleid passen. Höhöhöh. Da haben wir das gute Stück. Ähm, den habe ich tatsächlich eben auch noch nicht gelesen. Hier hatte ich auch mal zwischenzeitlich überlegt, ob ich die alle quasi hergebe und mir die Bücherbüchsen-Ausgabe hole. Aber ehrlich gesagt war ich dann zu geizig, weil das auf jeden Fall ein Draufzeigen-Chef für mich gewesen wäre. Und zwei davon habe ich auch zum Geburtstag von einer Freundin bekommen und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich weiß, einige haben das getan. Ich, äh, nicht. So. Ähm, genau. Ja, den hebe ich halt tatsächlich echt noch so ein bisschen auf, weil ich halt die anderen so, so gut fand und den mir so ein bisschen aufsparen möchte. Aber vielleicht wäre tatsächlich jetzt auch einfach so ein Zeitpunkt, um den zu lesen, um so ein bisschen aus der Flaute rauszukommen. Mal gucken. Es sind doch einige. Ich hatte gehofft, es wären mehr, weniger. Aber nun gut. Das zweite Band liegt tatsächlich, ähm, schon in meiner Rache des Subkistes. Die wollte ich wirklich jetzt auch demnächst noch lesen. Vielleicht fange ich das auch noch... Ne, anfangen tue ich es nicht. Ich werde jetzt erst mal beenden, was noch zu beenden geht in diesem Monat. Aber vielleicht kann ich es im September lesen, weil, ähm, Breakaway hat mir wirklich gut gefallen. Ja, wie ihr vielleicht gerade an meinem, ähm, verzweifelten, suchenden Blick gesehen habt. Das ist noch hier. Ich weiß nur gerade nicht, wo genau es liegt. Ähm, ich blende euch einfach hier das Cover ein. Nein, ich suche es. Moment, ich gehe es kurz suchen. So, hier ist es doch. Ähm, Fade Away. Das ist der zweite Band der Trilogie. Den habe ich hier. Den könnte ich lesen. Der dritte ist auch schon erschienen. Den habe ich aber noch nicht gelesen. Und den habe ich auch noch nicht hier. Ja, aber auch, dass ich ihn nicht gelesen habe, ist ja logisch. Ich habe den zweiten noch nicht gelesen. Also, ich habe ihn noch nicht hier. Ich habe nur den zweiten hier. Ähm, ja. Wie ihr seht, habe ich doch einige New Adult angefangene Reihen hier. Ähm, gut. Da ist es halt oft auch nicht so dramatisch, wenn man nicht mehr weiß, um was es genau im ersten Band ging. Einfach aus dem Grund, weil die ja oft sich um unterschiedliche Paare drehen. Das heißt also, wenn ich hier nicht mehr weiß, wie die vorherigen Protagonisten hießen oder was das Problem zwischen dem Protagonisten war, ist das nicht so wild, weil es hier eben um die kleine Schwester des Protagonisten aus dem ersten Band geht. Ergo ist es nicht so wild. Also, wisst ihr, wie ich sagen möchte? Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich es da so ein bisschen mehr schleifen lasse, als vielleicht in der Fantasy-Welt. Glaube ich. Ja, wir gucken mal, was noch kommt. Wahrscheinlich kommen jetzt nur noch Fantasy-Bücher. Nachdem ich das gesagt habe, wäre ziemlich typisch. So, und jetzt kommen wir zum letzten Buch. Achtung, Heißhunger garantiert. Das Geheimnis der Schokoladenkekse, ein Fall für Hannah Svensson. Und zwar sind hier auch immer wieder Rezepte drin, was sich... Ja, das Geheimnis der Schokoladenkekse, ein Fall für Hannah Svensson. Die sind in sich auch abgeschlossen, aber es gibt eine Fortsetzung. Ich glaube inzwischen sogar Band 2 und 3. Die habe ich aber noch nicht hier und deswegen kann ich die auch nicht lesen. Die werde ich so schnell auch nicht anschaffen, weil ich genug Bücher hier habe und ich habe auch noch genug Krimis hier. Das ist zumindest aktuell mein Vorsatz. Ja, aber generell mochte ich die Geschichte richtig gerne. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung für alle, die mal so in so einen Krimi reinlesen wollen. So, wir gucken uns jetzt nochmal kurz die Bücher an, die noch hier sind und die ich auch lesen kann. Also, weil ich sie ja hier habe. Und zwar haben wir hier den zweiten und letzten Teil der Madge Pie Society. Hier geht es um eine Internatsgeschichte, die eben so Krimi und Thriller Elemente hat. Auf jeden Fall was für Leute, die gerne in die Richtung Krimi und Thriller einsteigen wollen, sich aber noch nicht an so etwas richtig Blutiges rantrauen oder die einfach gerne so etwas Geheimnisvolles lesen wollen. Es ist auf jeden Fall ein Jugendbuch. Also es ist auf jeden Fall ein Jugendbuch, aber schon spannend. Also auf jeden Fall echt cool. Der erste Band braucht in der Anfangszeit so ein bisschen, bis er anläuft und dann ist er richtig gut. Und jetzt hoffe ich, dass ich den zweiten auch zeitnah lesen werde. Dann haben wir Fly into my Soul von Machenwürfchenhase. Hier geht es um eine Tanzschule. Es geht hier auch um drei unterschiedliche Pärchen. Und hier im dritten Band geht es um Mackenzie, die wir bisher nur vom Hörensagen kennen, die quasi damals die Schule verlassen hat unter nicht so guten Bedingungen. Und es ist ja sehr spannend, was jetzt passiert, wenn sie zurückkommt. Und glaube ich, ich mochte die ersten beiden auf jeden Fall sehr gerne. Sie sind sehr heimelig und gemütlich. Und man hat so ein bisschen Dance Academy Vibes oder auch so ein bisschen Step Into... Ne, Step Into heißt der erste Band. Step Up Film Vibes, finde ich. Und ich finde, man merkt auch, dass Machen selber viel getanzt hat und dass es so ein bisschen einfließt. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, falls ihr die noch gar nicht kennt. Und ich werde mir jetzt mal den hier hinter die Ohren schreiben. Tatsächlich werde ich mir den hier gleich mal an meine Sofaecke legen. Und zwar ist das der dritte Band von Heartstopper. Den habe ich, wie gesagt, schon so zur Hälfte gelesen. Eigentlich ist das da gar kein Eck. Da brauche ich vielleicht eine Stunde für, um den durchzulesen, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, warum ich es nicht tue. Aber jetzt werde ich es auf jeden Fall nochmal... Ja, jetzt ist es mir auf jeden Fall nochmal bewusster. Dabei helfen mir diese Wrap-Up-Videos auf jeden Fall auch. Generell geht es hier... Das sind ja so Graphic Novels, habe ich das gerade schon gesagt. Wow, ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, ja. Hier, also so Graphic Novel. Das ist Englisch. Man kriegt die aber inzwischen auch auf Deutsch. Der erste Band ist auch inzwischen als Serie bei Netflix verfügbar. Und es geht hier eben um Charlie. Und Charlie wurde, ja, ungewollt geoutet. Und er trifft quasi in so einer Klassen... In so einer gemischten Klasse aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen auf Nick. Und findet Nick eigentlich ganz gut. Aber Nick ist halt offensichtlich hetero und spielt auch... Spielt er Cricket? Spielen die Cricket? Ich glaube schon. Ist er auch so quasi der Quarterback. Also halt nur im Cricket, keine Ahnung, wie die da heißen. Ist sehr beliebt und hat augenscheinlich auch eine Freundin. Und ja, was sich zwischen den beiden entwickelt, müsst ihr selber lesen. Ich fand es auf jeden Fall cool. Und falls ihr die Serie noch nicht kennt, die ist auch sehr empfehlenswert. Und dann haben wir den letzten Teil von Lily Lucas' New Chances. Also quasi von der Green Valley Lore-Reihe. Und die mochte ich ja wirklich alle bisher sehr gerne. Und ich habe mir vorgenommen, vielleicht werde ich den einfach ab nächster Woche immer hören, wenn ich in die Arbeit fahre. Weil ich höre die mega gerne. Die sind einfach super gut vertont. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es eine ähnlich gute Geschichte wird. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch Fade Away von Annabelle Steele. Das ist der zweite Band einer Trilogie. Und das geht im ersten Band um Nick. Und, oh Gott, ich weiß nicht, wie sie hieß. Hier geht es auf jeden Fall um Kira. Und Kira ist die Schwester von Nick. So hängen die Pärchen hier quasi zusammen. Und im dritten Band geht es dann um den anderen Bruder, den es da noch gibt. Das sind quasi drei Geschwister. Und ja, also ich mochte den ersten wirklich gerne, obwohl viele das nicht mochten. Weil das so ein bisschen Slow Burn war und so ein bisschen unaufregender als vielleicht die anderen New Adult Bücher. Aber ja, ich mochte es einfach gerne. Und deswegen bin ich super gespannt, wie mir der hier gefallen wird. Und ob der ähnlich wenig dramatisch ist. Ja, das war der erste Teil meiner angefangenen Reihen Wrap Up. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich die anderen beiden auch noch mache. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Gerne auch eure Meinung zu den Büchern, die ich noch offen habe. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend. Fühlt euch gedrückt. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.